Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Sabrina und wir kaufen uns heute ein neues Pferdchen und ja, was wird es wohl werden? Hier steht ja einiges im Mondsecheldorf. Wird es hier so ein englisches Vollblut werden, ein arabisches oder auch hier ein englisches oder doch ein Frise? Hier steht ja noch ein englischer, ein Scheier haben wir hier, noch ein englisches. Wird es dieses englische Vollblut oder wird es dieses englische Vollblut? Nein, das kann ich euch sagen, es wird keins hier von diesen Vollblütern, Scheier oder Friesen. Wir kaufen hier den Morgen. Wir haben noch keinen Morgen im Stall und deswegen kaufen wir den jetzt. Ich finde ihn halt ziemlich schick hier. Er hat halt eine schwarze Mähne, die schwarzen Beinchen und wenn wir ihn halt von der Seite hier so angucken, er hat eine schicke Mähne schon drauf und er hat halt hier auch die Highlights hier mit bei. Also es wurde ein bisschen gehighlighted hier. Und wir kaufen den jetzt. So, wie nennen wir denn unser Morgen? Das ist ja jetzt hier wieder so eine Sache mit den Namen, ne? Also wir haben immer Royal mit drin. Und wir nennen ihn einfach Kiss. Und wir haben ein neues Pferd im Stall. So, hier stand unser Morgen. Und Star Stable wünscht uns halt noch viel Glück mit unserem neuen Pferd. Und sobald Ghostie halt austrainiert ist, können wir halt gucken, welches von meinen untrainierten Pferden wir dann nehmen und dann ausbilden, ne? Also, das war's erstmal. Und wir sehen uns im nächsten Video.